Hallo und herzlich Willkommen zurück zu Resident Evil Zero. Wählen Sie eine Ebene aus. Ebene 4, Ebene 2. Wir sind Ebene 4, oder? Mal eben gucken, wo wir bei Ebene 1 sind. Ja klar doch, die Villa, Ausbildungsstätte. Als ob ich da noch mal reingehe. Ebene 2. In meinem derzeitigen Zustand werde ich das nicht überleben. Ich kann jederzeit zurück, hoffe ich. Aber ich muss erstmal Kräuter finden. Wo finde ich als nächstes Kräuter eigentlich? Ich gucke mal eben nach. Nicht im nächsten Räumen. Nicht euer Ernst. Ich muss es riskieren. Kommen die nicht so irgendwie dahin? Ich gucke mal, Ebene 4. Oh. Dann war 4 richtig. Ich will aber noch nicht. Das ist echt, ist richtig leicht. Ach, komm mal nicht zurück. Irgendwie müssen wir doch zurück. Ich habe keine Kräuter. Ich bin am Arsch. Ich kann mich nicht heilen. Oh. Okay. Aber zurück komme ich trotzdem nicht, ne? Das Ding kann nicht hochfahren. Oder? Es besiegt sich nicht. Nein. Wünscht mir Glück. Wenn ich sterbe, dann mache ich halt Tyranoma. Vielleicht läuft es dann besser. Also Leute, nie vergessen Kräuter mitzunehmen. Denn. Oh, ich komme ja nicht mehr zu meinem ganzen Zeug, das ich ja hinterlegt habe. Da muss ich ja noch einen Raum mit einem Gegner absolvieren. Ja. Genau. In den Raum, den ich jetzt gehe, ist ein Gegner. Und den muss ich umnatzen. Sonst sterbe ich. Okay, lassen wir ihn erst mal kommen. Ich stelle mich schon mal in Position. Boah, diese Geräusche. Abartig. Ich muss gucken, wie breit der Plan ist. Gut. Man müsste ihn sehen, bevor er bei mir ist. Boah, war das Knap. Aber wir haben es absolviert. Ich habe keinen Platz für Kräuter, um zu mischen. Aber dem Weg werden wir auf jeden Fall öfters gehen. So, beim Elevator, ach, bei Dings angekommen. Ich werde jetzt auf jeden Fall Schneiderarbeiten machen. Denn das müsst ihr nicht sehen. Also bis gleich, wenn ich oben wieder angekommen bin. Also bis gleich, wenn ich oben wieder angekommen bin. Ich werde jetzt auf jeden Fall. Vielen Dank. 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 Billy? 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 Was war das? So? Hier ist... No, wir kriegen... Wir haben... Wir können jetzt... eine Pistole... zwei... Wir brauchen... Nein... come... ... Okay... ... entfernt... ... ... dreimal... ... ... ...